Tut mir leid, mir in der Ferse ein bisschen zu laut ist, weil bei mir ist er echt leise. Ich versuche trotzdem ein bisschen leiser zu machen. Ja, es hat sich bislang ein bisschen verändert. Was ist das? Ich bin jetzt kein Racer mehr, ich spiele jetzt einen Kopf. F***ing Racer, wow, f***. Ich bin jetzt ein Kopf, ich bin jetzt ein Kopf. Ein Kopf, ein Kopf, Polizist. Also wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, ich bin halt nicht im Racer-Modus, sondern halt im Polizermodus. Es tut mir so leid, dass das mit dem Zaunverfärben nicht geklappt hat. Es tut mir leid. Jetzt, da seht ihr schon mein Auto. Und da oben, da oben, äh, rechts, seht ihr mein... Oh Gott. Also, coole Meile habe ich, ne? Erstmal Nummer-Sheet. Die Nummer-Sheet ist... Wirst du die Nummer-Sheet sein? Die Nummer-Sheet ist... Loll. Okay. Jetzt fahre ich ein bisschen. Wo muss Leute... Wow, wow. Nein, das war nicht hier. Nein, das war nicht hier. Was kriege ich eigentlich? Die Öffentlichkeit schützt. B... Wenn ich so aufziehen? Dann ist kein BNW. Alter. Geil! BNW als B2. Den will ich haben. Kann ich das auch los nicht? Ach so, doch. Es wird alles. So, wir fangen jetzt ein bisschen. Als Erstes, wir fangen mal an in der Stadt. So, wir fahren jetzt ein bisschen. So, wir fahren jetzt ein bisschen. Ja. So leid, wenn da irgendetwas hochkommt oder so was. So, wir sind uns nicht mehr, das ist vielleicht. Wir sind hier. Was ist eigentlich? Mein Charme, ich bin nicht schön. Aber ein verdächtiges Wissen in meiner Nähe. Hallo? Warte. Ich hab ein Trauerkontrollen gefunden. Super. Da. Hey, ich werde mein Auto kaputt machen. Ich fuhte das. Hey Mann! Müssen wir auf dieses Auto so scheiße machen. Er hält den Scheiß nicht nur auf dem Auto. Leute, kurze Pause. Ich muss kurz was machen. Ich habe jetzt nicht ganz schnell den Controller gewechselt. Ja, und dann kommt von der Jürgen auf dem Auto. Schuss. 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 Da ist ein weiteres 10.44 in meinem Kilometer aufgetaucht. Ich sende die Daten vor der Straßensperre in aktueller Richtung. Alle Einheiten werden Straßensperren verdenkt. Alle Verfolgerfahrzeuge, Achtung! Alle Einheiten verfolgen und festnehmen. Was? Wie war die Sperre? Das darf man überhaupt gar nicht. Was? 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 Was ist das? Ich habe noch einen frei. Was ist das? Was ist das? Ich habe noch ein paar Haare in den Raum. Es ist schon etwas ausgelöst. Wie weit ist denn der Wuschel? Wie weit ist denn der Wuschel? Wie weit ist denn der Wuschel? Zentrale sind ein bisschen für Verstärkung. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Wie weit ist denn der Wuschel? Das ist ein bisschen. Zentrale ist verfolgehalten. 41 auf Co-Wing Drive. Wie weit ist das? 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 Das ist die Zentrale. Ich muss einen weiteren Racer melden. Und wir haben noch freie Einheiten in Gebieten. Schick. Das ist gar nicht so richtig. Und ich werde nicht schicken. 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 Und ich glaube, heute kann die Jubel, das war. Oh, ich bin nicht mehr. Oh, weißt du, ich bin nicht mehr. Ich weiß, was schön ist. Oh, das ist schön. Zentrale Form von Straßensperren. Straßensperren werden gebildet. Seid vorsichtig. Oh Gott. 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 Oh Gott.